Donnerstagmorgen, die Bibel sind groß, da hinten sind die beiden aggressiven, hier die Stockenden. Alba & Tross Restaurant, Neu in Dürfen, Gierchen, bei wenigsten Galerie, Alba & Tross. Wir fahren jetzt zum Sportparadies Kino. Der Sportparadies Kino? Ja, das ist ein Cinema-Emoskop. Jetzt sind wir hier im Multiplex Kino Hangover 2. Normale Menschen, die hier arbeiten, Donnerstag ist um 3 Uhr. Aber jetzt gehen wir erstmal zu McDonalds und holen so ein ekeliges Stück Fleisch rein. Klitschko spielen sie auch hier. Jetzt sind wir hier mit dem Junkfood. Double Burger, Winzling ist das ja. Aja, da kommt auch noch was. Popcorn, wir kaufen die Klitschkos. Jetzt kommt aber hier ein Unwetter. Gewitter. Hei. Hei. Die Blätter sind nur noch oben hoch. Hei. Hei. Hei.